Yo, hallo Leute und willkommen zum nächsten Part von Hollow Knight. Jetzt geht's als allererstes mal zurück in das grüne Gebiet. Mir fällt gerade auf, dass ich jedes Mal das Video beginne und es erstmal ein schöner Black Screen ist, weil ich dann irgendwo durchgehe. Nice. So, ab in den Green Path. Und dann schauen wir mal, ob wir heute die rote Lady, die uns die ganze Zeit davongelaufen ist, noch erwischen. Und ich muss unbedingt jedem von diesen größeren Rüttern aus dem Weg gehen, weil ich finde die so saumäßig stark. Da tue ich mich wirklich schwer. So, gleich mal wieder alles demolieren, was ich sehe. So, wow. Okay, 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 okay. Hey, das neue Upgrade ist cool. Dass die automatisch herfliegen, das ist nice. Das ist richtig nice. Komme ich jetzt von unten oder komme ich jetzt von oben? Welche Tagsabahn nochmal für die Karte? Achso, ja, wow. Die Karte, die ich nicht habe. Was zur... Wow. Ich versuche gerade zu erkennen, woran ich diese Trap erkennen könnte, aber ehrlich gesagt sehe ich nichts. Oh Gott, ich garantiere euch, ich werde noch ein paar Mal in solche Traps hier reinlaufen. Äh... Ist hier eine Sackgasse? Ne. Mann, jetzt habe ich überall Angst, dass da so eine Scheißfalle ist. Oh, das war jetzt nicht gut. Das war nicht gut. Und da wäre gleich die Leiche noch an mir explodiert. Nice. Wow. Oh mein Gott. Ich darf nicht mehr stehen bleiben. Überall pflanzen. Oh, was ist das jetzt wieder? Geld! Ach, komm schon. Boah, ist das fies. Boah, ist das fies. Oh Gott. Ich hasse solche Sachen, die man nicht erkennt. Na, da... Diesmal erkenne ich es. Hier. Na, das ist nicht wert. Na gut, na gut, na gut. Wo geht es denn hier weiter? Überall so dornig. Ih, lauter Dornen oben machen die Schaden. Au. Okay, sie one-shotten dich, beziehungsweise resetten dich. Nicht gut. Boah, ey, wisst ihr, wie geil eine Karte wäre? Eine Karte wäre so Hammer. Was ist denn... Achso, das waren diese Schreien. Die Holy Energy-Dinger. Aber, der bringt mir auch nix. Ich benötige einen neuen Spell oder irgendwas zum Weiterkommen. Oder mal wieder... Eine Karte. Eine Karte wäre, glaube ich, gerade das Allerbeste. Komme ich hier nicht irgendwo mal her? Ja, komme ich doch her, oder? Finde ich jetzt doof. An dieses Item unten links erinnere ich mich nämlich. Ähm... Ich komme doch da her, oder? Dann geht es vielleicht hier nach links weiter. Da war ich dann bestimmt noch nicht. Boah, falsch. Nicht in die Dornen, Jukai. Ähm... Was genau bist du? Und da habe ich 100 Pro ein Spell, der mich nach oben bringt. Au! Okay, das war der beste erste Versuch ever. Äh... Niemals komme ich doch da irgendwo hin, oder? Nee. Nee, dafür brauche ich Spells. Okay. Also hier bin ich auch wieder skill-lockt, im Endeffekt. Keine Ahnung, wie man das am besten sagt. Oder ausdrückt. Aber auf alle Fälle komme ich da nicht weiter, solange ich nicht eben diesen einen Skill habe, den ich dafür benötige. So, uah. Nicht in die Trap laufen, Jukai. So, da war dann die nächste Trap. Dann gehen wir hier hin. Hier hin. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und gehen dann direkt in die andere Richtung, wo ich vorhin gelaufen bin. Hupf, 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 hupf. Und... Da ging es zur Station. Das heißt, wenn ich jetzt von der Station nach oben oder in eine andere Richtung gehe, komme ich dementsprechend automatisch weiter. Aber ich könnte kurz auf die Bank gehen, einfach um mich kurz zu heilen. Tada! Map updated, das ist so toll. Du hast noch nicht mal die Karte, aber die Map wurde upgedatet. Cool, danke, Spiel. Aber ohne Karte ist das echt anstrengend, muss ich zugeben. So. Jetzt könnte ich hier schon wieder nach links und ich weiß nirgends, wo es hingeht. Aber hier war ich noch nicht. Glaube ich. Ziemlich sicher war ich hier noch nicht. Na, endlich! Hey! Komm nicht näher, Geist! Ich habe dich gesehen, creeping through the undergrowth, stalking me. Was? Du hast mich hier verfolgt. Dieses alte Königreich. Ein schreckliches Ding ist erwacht. Ich kann es in der Luft riechen. Ich weiß, was du bist. Ich weiß, was du versuchst zu tun, aber ich kann es nicht zulassen. Hornet! Okay, das ist also... Boss... Ich dachte jetzt halt, das ist so mein freundlicher MPC. Also du bist nicht meine Freundin, nicht? Au! Ja, okay, du mich auch! Oh, das kommt zurück! Du mich auch! Die ist aber bis jetzt nicht so schwer. Im Gegenteil, relativ easy, um ehrlich zu sein. Man muss sich zwar ein bisschen konzentrieren und nicht vergessen, dass das Ding auch wieder zurückkommt, aber sonst... Kurz mal regenerieren und... Ha! Jetzt geht es dir an den Kragen. Uah, der war schlecht. Mann, das ist sauschwer. Bei dem Spiel muss ich mich richtig konzentrieren nebenbei. Da noch zu reden? Oh mein Gott, was mache ich denn? Heilen, heilen, heilen. Nein, 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 nein. Was? Das ist neu. Neu, 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 neu. Ich mag nicht neu. Ah, ich wollte mich doch nur retten. Das habe ich gerade nicht laut gesagt. Also, sie hat anscheinend auch x Leben. Man sieht ja immer diesen Reset-Effekt bei ihr, wenn ich sie oft genug treffe. Denselben wie wenn ich getroffen werde. Ha! Dieses Mal nicht. Alle guten Dinge haben auch ein Ende. Jetzt! Geht doch! What? Ja, ja, flieh doch! Ach, komm schon! Ich dachte, sie wird jetzt freundlich. Ich habe wirklich damit gerechnet. Mothwing Cloak. Press RT to dash forwards. Use the cloak to dash quickly along the ground or through the air. Ah, toll. Ich habe mal wieder keine Energie dafür. Brauche ich die? Oh, falsche Taste. RT ist da. Hui! Would it seek to break the seal? They cannot be undone. They must be undone. Lasst uns schlafen, kleiner Schatten. Kehre zurück zu deiner Dunkelheist. Gib uns unseren Frieden. Ähm. Yukai does not approve. Oh, so kam anscheinend die Leiche von dem ersten hierher. Oh, er sieht so süß aus, wenn er aufwacht. Okay, waren das jetzt so die drei Bösewichte? Die drei Oberbösewichte? Und lasst mich raten, hier muss ich drüber dashen. Genau. Ah, es kostet mich keine Energie, aber ich kann es immer nur einmal in einem Sprung machen. Ach, komm schon. Oh, ich komme hier nicht hoch. Achso, wartet mal. Von da und so. So rum. Oh, dieses automatische Einsammel ist nice. Warte mal, da ich den Boss nicht getötet habe, habe ich gerade nicht mal Ressourcen dafür bekommen, ne? Mann, ich bin traurig. I need a dollar. A dollar, a dollar is what I need. Und hier sieht's aus, als kommt gleich von jeder Position irgendwo ein Boss her, oder? Das ist so ein richtiges Bossgebiet. Oder ein Gebiet ohne Content, auch interessant. Lake of Unn. Oh, wir sind beim See des Unn. Ich weiß nicht, was ein Unn ist, aber das ist ein See davon. Uh, da ist schon mal eine Bench. Habe ich hiervon eine Karte? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Super. Gibst du mir die Karte? Hallo, Minobis. Hallo, da. Scheint, als wären wir beide vom Pfad abgekommen. Ich kann es kaum glauben. Diese staubigen alten Wege haben uns zu so einem belebten Platz gebracht. Diese Gebäude suggestieren eine Form von Worship. Was war denn Worship? Worship, Worship, Worship. Ich weiß es gerade nicht. Through the idols clearing belong the forgotten. Double equally for a moment's respite. Ja, kannst du mir wenigstens was verkaufen? Your nail looks like a fine instrument. Wow, ich habe wenigstens gehofft, dass du mir was verkaufst. Ich würde gerne, so gerne diese Dreckskarte hierfür haben. Och, nö. Ich hasse die Dinger. Die sind saustark. Ja, oh. Fick dich doch. Entschuldigung für meine vielen Kraftausdrücke in dem Part, aber die Viecher machen mich fertig. Geht doch. Mit Spells anscheinend. Also irgendwie. Ups. Ja, so bestimmt nicht. Ne, aber allgemein hier geht es nicht weiter. Äh. Yukai ein klein wenig verwirrt. Hm. Dö, dö, dö. Ne, irgendwie, das sagt mir auch nicht, wie es hier weitergeht. Brauche ich hier vielleicht nochmal irgendeinen Spell oder... Irgendwas fliegt da oben. Ne, aber da komme ich nicht mal annähernd weit genug. Okay, dafür brauche ich nochmal neue Sachen. Super. Ja, aber... Komme ich jetzt halt nur mit diesem Charge an andere Positionen, wo ich davor nicht gekommen bin? Ups. Oh. Falsche Taste. So. Dann chargen wir hier einfach mal zurück. Aber ich weiß nicht, wo ich gerade hin muss. Bin ich jetzt eigentlich mit dem Chargen schneller oder bin ich ohne Charge schneller? Oh Mann. Fragen über Fragen. So. Hüpf und hüpf. Wo geht's als nächstes hin, Yukai? Ernsthaft? Ich komme hier nicht zurück? Dann muss es doch in die Richtung weitergehen. What? Außer es gibt hier noch einen Weg. Hüpf und hüpf und hüpf und es gibt einen anderen Weg. Okay. Dann werde ich diesen Weg zurücknehmen müssen, da es in die andere Richtung momentan nicht weitergeht. So. Dann haben wir hier noch einiges Neues. Boah, ich bin gerade schon wieder erschrocken. Und ich bin noch einmal an zwei von diesen Viechern vorbeigekommen. Wo war das denn? Oh, neue Geräusche. Was macht denn hier? Bla, 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 bla. Mau, au, au. Ist hier wieder so eine Raupe eingesperrt? Klingt irgendwie nach einer Raupe hier in der Nähe. Oh, ich glaube, ich habe den Punkt gefunden, wo es zwei von diesen Drecksviechern waren. So. So. Boah, ey, die sind echt nur gut zum Energie regenerieren und dann mit dem Spell angreifen. Sonst sind die viel zu aufwendig. So, geht doch. Viel leichter mit dem Scheißspell. Ey, die sind saustark. Die haben auch so ein langsames Attack-Pattern. Das forst einen einfach irgendwie dazu aggressiver zu spielen und irgendwie das schneller zu beenden. Vielleicht bin ich einfach nur ungeduldig bei sowas. So. Ah, hier komme ich wieder in das Anfangsgebiet, oder? Vom Stil her ist das doch das am Anfang. So, halten wir uns mal wenigstens ein bisschen, solange ich wieder ein paar Ressourcen hier habe. Ah, ich bin noch nicht hierher gekommen, oder? Das ist immer noch der grüne Pfad. Das sieht mir jetzt halt absolut nicht mehr nach dem grünen Pfad aus, sondern von dem ersten Gebiet, wo ich gestartet habe. Ganz komische Geräusche da oben. Ganz komische Geräusche. Ach so, das ist der Mini-Boss-whatever, das jetzt halt ist. Aber... Dieses Mal töte ich ihn vielleicht einfach. Ach, hast du jetzt andere Spells? Bilde ich mir das ein? Oh, der ist aber schnell. Das ist schwer, den zu treffen. Ah, verdammt! Das wird schwer. Und ich resette dabei sogar durch einen Hitmarker von ihm. Das war nicht gut. Da hätte ich gerade ein paar Treffer landen können. Ah, ich habe auch eine Attacke nach oben. Dann nutzen wir doch vielleicht mal in Zukunft... ...die! Okay, wenigstens treff ich. Und... Er spawnt wieder seine Ads. Aber die sind eigentlich gut für mich, weil die geben mir Energie. Boah, ey, du bist zwar ein nervig, Viechi. Ha, das macht wenigstens richtig Schaden, wenn man trifft. Und... Da töten wir dich und... Noch ein Schlag! Haha! War das jetzt ein Boss? Also, so wie der explodiert, war das doch ein Boss, oder? Aber er hatte keinen Namen. Uh, du bist neu. Was denkst du, dass du tust? Du wachst es zwischen mir und meiner Beute zu ko... Ernsthaft, du wurdest doch gerade fast getötet. Dankeschön, dann mache ich eben das Gespräch, so wie es sein sollte. Danke, dass du mein Leben gerettet hast, mächtiger Yu-Kai. Kein Problem, komischer Fremder. Okay, aber weiter im Text. Ähm, ist es eine Gewohnheit von dir, ähm... In den Weg von anderen Leuten... Deines... Äh, in den Wege anderer Leute zu kommen und sie zu stören? Das ist Zoti de Maikti. Ähm... Weiß da... Ähm... No Discord. Ich bin Zoti de Maikti. Ein Ritter von großer... Re-Own. Keine Ahnung. Äh, trifft mich erneut. Und du findest, wieso sie mich, äh... Lebensänder nennen. Hä, ich bin Skelett. Du kannst mein Leben nicht beenden. Haha, Pech gehabt. Ja, äh, kein Problem, dass ich dich gerettet hab. Meine Güte. Nicht mal mehr Danke sagen ist heutzutage anscheinend in Frechheit. So, aber wo geht es als nächstes hin? Ich hab grad echt keinen Plan mehr, wo ich hin muss. Also hier... Woah, okay. Hier will ich nicht hin. Das ist das Einzige, was ich weiß. Hier nicht. Vielleicht hier hin? Woah. Ah! Da, okay. Wenn ich nur einen töten muss, das krieg ich noch hin. Mit ein bisschen Geduld. Okay, also nur in manchen Fällen machen sie diesen Doppelschlag. Ah, und zwar in dem hier hat er grad eingemacht. Feuer und Feuer. Geht doch. Stirb doch einfach. So, Raupi. Yay, Raupi ist frei. Raupi ist ein freies Raupi. So, wo geht es jetzt hin? Ähm... Einfach mal auf gut Glück in die Richtung. Ohne Karte hilft mir das eigentlich überhaupt nicht. Ich wollte jetzt grad eigentlich nicht runter, aber okay. Vielleicht wollte ich auch runter? Nee, ich wollte nicht runter. Ah, verdammt nochmal. Wo muss ich hin? Ich hab keinen Plan mehr, wenn ich ganz ehrlich bin gerade. Da werde ich erstmal irgendwo die Karte finden müssen. Bin ich jetzt nicht nur an der anderen Stelle hochgegangen? Das wäre doch sicher auch anderswo gegangen. Moment, jetzt bin ich wieder hier. Wieso bin ich jetzt wieder hier? Oh, ich hab gar keine Leben mehr. Wollen wir mal kurz heilen. Vielleicht komm ich da oben wenigstens irgendwie weiter. So, kurz die zwei töten. Einfach weil sie Seelen geben. Oh, jetzt haben sie mir, glaube ich... Naja, gut. Sie haben mir zwei im Endeffekt gegeben und eine gekostet. Also, im Endeffekt hab ich eine Seele gewonnen. Das ist okay. So. Vielleicht geht's ja hier oben weiter. Ohne dich zu berühren. Ohne dich zu berühren. Und ha, perfekt. Mann, ich mag diesen Charge. Simpel, aber cool. Okay, hier ist nichts. Eine große Portion. Nichts. Au. Mann, mit er wusste ich schon, das geht nicht gut aus. Mitten in der Luft hatte man einfach schon die Vorahnung, das geht echt nicht gut aus für dich, Yooki. Geht's hier weiter? Ne, eigentlich geht's da auch nicht weiter. Oder komm ich hier? Ne. Zehn Jahre nicht. Vielleicht mit noch einem Spell, aber nicht so. Zuck, 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 zuck. Und alles automatisch einsammeln. Bestes Feature ever. So, vielleicht werde ich jetzt... Aber hier war ich auch schon mal. Ich hab grad die Falle drunter gesehen. Oh, hier gibt's einfach nur Loot. Wow, das war's. Irgendwie... Bin ich verwirrt. So, ich hätte jetzt sehr gerne die Karte für die grünen Gebiete. Dann wüsste ich auch, wo ich hin muss. Dann wüsste ich zumindest, wo es weiter geht. Ach, so, so, so. So, 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 so. Au, hier war ich noch nicht. Echt jetzt? Echt jetzt? Eine einzige Münze? Wow! Ich wurde verarscht! Äh, ich wurde betrogen um meinen Loot. Aber mal sowas von. Da geht's aber hier auch nicht weiter. Dann ist das hier eine komplette Sackgasse. What? Das ist ja voll eigenartig. So, vielleicht noch hier runter, hier runter. Oh, not kidding. Ich brauch die Karte. So, weiter, weiter, weiter. Hier nach unten. Dann bin ich jetzt hier nach unten. Chargen wir mal hier hin, hier hin, hier hin. Es gibt jetzt bestimmt einige Stellen, wo ich davor nicht hochgekommen bin. Aber die habe ich mir doch alle nicht gemerkt. Also hier war ich relativ am... Ach, komm schon. Meine Güte, ihr Drecksfurzviecher. Und da oben noch so ein Chargy. Hier kann ich mich nochmal heilen. Okay. Leute, ich glaube, hier ist aber ein guter Punkt, an diesem Save-Punkt einen Stop zu machen. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt doch was in die Kommentare. Bewertet das Video oder lasst ein Abo da. Oder am besten alles. Drei. Würde mich auf alle Fälle freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part von Hollow Knight. Dem süßesten Chibi-Retter aller Zeiten. Tschüss. 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 Ciao.